So, hallo und herzlich willkommen zum Harfstown Finale mit Sven, Maik und Jan. Hallo. Das hat sich irgendwie scheißer geworden. Ich weiß, im Harfstown Finale werden Sven und Jan gegeneinander antreten. Wolltest du jetzt schon wieder Mike sagen? Ja, wollte ich echt, wollte ich wirklich tun. Aber ich schätze das sehr, ich schätze das sehr hoch, dass du mich so gut einschätzt, dass ich jederzeit im Finale stehe, oder? Das ist super. Welche Deck will ich nehmen? Schamanen oder Droide? Schuss dir doch aus. So alte. Und den habe ich schon wert, den habe ich noch nicht wert. Boah, ja, nimm doch einfach einen. Nimm ich den. Ich habe immer das Gefühl, das wird nichts für mich. So, ich kann zugucken. Ich danke dem Fanboy, der mir gerade geschrieben hat. Wood, das ist ein Thrull. Jan hat Thrull, oh. Das ist ein Fehler. Ich sage dir. Oh, das Mana-Flu-Totem hat ich, wow. Das ist eine Karte, die ich neu gezogen habe. Ah, das Deck. Ich habe gerade nichts für Gute auf der Hand. Das war's. Ja, dann kann ich wenigstens sagen, wenn Jan jetzt gewinnt. Alter. Läuft bei Sven. Also, wenn Jan gewinnt, dann kann ich wenigstens sagen, ich habe den Gewinner verloren. Oh, Erik, den Dreier da. Den habe ich ihm gezogen. Oh, ey. Ich ziehe den selben Mist wie Erik. Oh mein Gott. Das, das, Leute, ist die Karte, ja? Och, jetzt hast du es gespoilert. Mir egal. Das hat er verdient, diese Wahrheit zu wissen. Boah, jetzt kann er sich drauf vorbereiten. Ja, eben. Bei dem Deck, da gibt es nichts drauf vorzubereiten. Ja, aber bei Jan sieht es ziemlich schlecht aus. Aber mir sieht es auch noch nicht so toll aus. Sie sieht doch nicht schlecht aus. Ich passe. Ich passe jetzt. Ich dachte, oh, komm schon. Ich bin direkt von dem ersten Mal gerieft worden. Und Erik braucht ein halbes Jahrhundert. Wenn du dir zurücküberlegst, wie auch du dir gedrückt hast, und du hast nur einer dieses Mal die Sportkarte. Das Dingo! Das Dingo! Ja, ha, ha, ha. Boah, das ist doch perfekt nachgemacht, Sven. Genau, ich hatte dich fast verwechselt mit dem Typ. Ja, ja. Richtig krass. Ich kann das gut. Geh üblich oder sowas. Ja. Nein! Jawohl, geil. Was tun? Für den König! Nein! Nein! Das war's. Hahaha, das war's wohl. Ich hätte das andere Deck nehmen sollen. Das andere Deck wäre witziger gewesen. Jan, im Finale gar nicht ernst. Pfff. Warte, denn hat er irgendwas guter? Das ist aber nicht. Ich hab... wir müssen den Sonnenbrunnen läutern wir müssen den Sonnenbrunnen läutern nur den Sonnenbrunnen, nicht den Sonnengott doch jetzt hat der irgendeinen Shit gezogen oder was eigentlich bin ich bei dir ich glaube ich spiele gleich den Kollegen ganz links der Typ kannst du ihn anvisieren kurz? hab ich hast du nicht, kannst du ihn nochmal anvisieren? nochmal anvisieren ah ok jetzt hier ist es nein ist Feuerelementar nur only eine Schamanenkarte? ja kriegt ihr die automatisch bei Level ab? ja irgendwann ok leider gefällt mir der nicht ähm ähm egal hm was tun was tun was tun die Wahrheit ist mein Schild was was ist das denn für eine? Spott und Gott schild alter ja das war's boah ja ich hab ich Kart hab ich äh pack hat glaub ich oder hab ich denn auch Schamane ne pack glaub ich war das fuck alter das kam mega un äh vorbereitet Wunder? Maik dochst ihr auch oder? der Frostwolf-Klan ist bereit fuck alter Maik könntet ihr auch haben ja packt ihr auch ja du bist ja voll behindert die Olle ey man ey man was tun was Olle kann gleich ins Gras weisen was nicht angreifen kann ja hm oh shit äh ach die hat ja nur ach ich hab ich hab ich hab irgendeinen Cops die auch Gottes Schild hat das ist auch meine der es auch beides hat äh Spot und Gottes Schild ich liebe was ein Hurensohn hahaha so ein elendiger Hurensohn ja Junge level die Magierin auf 10 hast die auch hast sie sogar 2 mal ja aber ich werd Magierin niemals spielen einfach weil ich die Leute damit nicht abfucken will aber mit deinem schwulen Schamanen der auf alles Windzorn hat ja besser als da neeeh Junge solltest ja ich darf keine Tipps geben ich hab jetzt schon zweimal auf Bord geklappt den Tögen boah so ein Mix ne alter so ein Arsch ey da kann ich aber jetzt nix für ja egal wenn ich sind die Karten schon mal weg äh äh hier Jan ja ich hab noch zwei Feuerbälle wat ne hä was ich hab den Spell Feuerball der sechs Schaden macht achso ja ja das ist ja ein Einlass davon schon benutzt echt auf deinem Schildmeister von Sendi ja stimmt Einlass schon benutzt er hat einfach so viel so ich muss den Gurubashi Berserk aber schnell wegkriegen äh wie heißt Gurubashi sie werden nicht wissen wie ihnen geschehen hat jemand den Arzt gerufen das war eigentlich dämlich im Zwischenstand sieht es gerade so aus dass wenn gewinnt meine Meinung nach das Blatt kann sich natürlich noch wenden hr ich frage mich ob die Tore sind geöffnet älgerlich ich habe noch viel Oh du könnt oh du könnt es jetzt mal oh den Zorn hat sich gerade sich gerade weil so ja und das noch windzornmäßig Boah, wie assi einfach nur, Alter. Das ist so krass, ey. Wat'n Mongor, Alter. Wat kann ich dafür, Alter? Oh, jetzt, Alter, jetzt musst du es aber richtig machen, Jan. Jan, Jan, mach das, mach das, was ich denke. Ey, komm mal in eure Maul, Moin, Alter. Mach das, was ich denke. Ich sag ja nix. Ja? Ich, also... Boah, so viel kannst du dich doch behalten, Alter. Ja, ich weiß nicht, irgendwas kommt, irgendwas gut ist und dann sollst du dich aufheben. So nah, Alter. Ey, was ich noch nie versucht habe, die zwei Karben zu kombinieren auf der Hand. Boah, das würde mich aber auch voll interessieren, ob da irgendwas klappt. Was ist das denn? Ja, ob das, ob das, äh... Versuch einfach mal. Der muss überleben, ne? Stimmt, ja, die muss überleben. Jetzt machst du auch nochmal auf, die. Ja, ja, mach ja, jetzt mal, ja, genau. Gut, die brauchen wir. Jetzt macht er... Die kann er noch nicht angreifen. Die kann er noch nicht angreifen. Dann kann ich auch eine Ex-Fortnummer auf, falls die überlebt. Das stimmt. Boah, jetzt verliere ich das noch. Oh, das geht. Wie macht er das denn jetzt? Das ist... No, oh, egal. Zwei Angriff, Junge. Not bad, Junge. Nee, das hab ich verloren. So, jetzt muss ich mal gucken, was machst du denn da? Ja, gib dem Typen, Alter. Du hast... Ja, ich sag gar nichts. Ja, ich sag am besten nicht. Ja, ich... Oh, wie parteiich, ihr Schweizer. Ja, hey, ich bin nicht parteiich. Es sieht nur sehr, sehr gut. Nein! Es sieht nur gut aus gerade. Ich würde so spielen. Oh, der Monge und so. Und der so... Ja, ich hab dir auch mal Oh gesagt. Mach doch... Oh! Was, was, was? Oh, was? Okay, jetzt... Jetzt sollte ich nichts mehr sagen. Oh, mieses... Mieses Sache. Sven versucht, sich jemalig mit einem Schaden durchzukämpfen. Spürt die Macht der Hände. Aber ich hätte eine Schwache nehmen sollen, ja? Na, egal. Scheiß, was? Scheiß. Ob der jetzt... Kann der jetzt viermal angreifen? Kannst du noch mal? Kannst du noch mal? Nee, geht nicht, ja. Ah, schade. Ja, dann geht's nicht. Ja, schade. Gut. Das wollten wir nur die Janset wissen. So, ja, dann mach zu Ende. Oh, noch. Reif doch einfach mit dem Scheiß-Champion an. Nee. Ach, dann kommt's auch noch gut. Ja! Erstmal mit den Toten. Dude, damit ist Jan unser Gewinner! Ja, Jan ist der Gewinner. Und dann kam der Flammenstoß, ne Erik? Ja, und dann kam der Flammenstoß. Und dann bin ich geraged. Heu! Heu! Aber alles wollte ich mit Sprechblasen bei meiner Seite. Oh, Jan ist der voll der gute Hearthstone-Spieler geworden. Das gefällt mir gar nicht. Egal, das war's mit dem Hearthstone-Tournier. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ja? Äh... Ja, Mann! Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge von Hearthstone wieder. Haut rein, bis dahin. Tschüss! 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 Tschüss!